Musik So ist gut, ja? Liebe, geht die Lange in den Schloss? Achso. Was macht der da? Okay. Jetzt rum. Okay, Cut. Hochkant. Hochkant unangenehm. Produkt wird gezeigt. Fährt los. Albert fällt hin. Hat keinen Bock. Steht wieder auf. Quatsch. Ablenkungsmanöver. Ein Trick. Produkt hochkant. Fährt. Fährt nicht mehr. Ball. Jetzt Michael R. Jordans in the balls. Wird nichts. Ist auch nicht richtig... Ist auch nicht richtig geil. Kaputtes Board. Kickflip. Bam. Jupp. Das ist alles irgendwie scheiße. Es wird mit dem Ball auch nicht besser. Produkt hochkant. Produkt. Freude. Produkt. Wieder nicht. Quatsch. Kamera quer. Ball in der Hand. Keine Ahnung, was ich machen soll. Keine Ahnung. Ich habe gerade keinen Bock, irgendwas zu machen hier. Bock. Oh. Der war geil. Der war... Der war... Der war... Scheiße. Und? Oh. Oh. Okay. Musik wäre jetzt gut. Was reden die hier? Erster Versuch. Hm. Ist okay. Scheiße. Kurz ein bisschen... Auf... Ja. Wie lange geht das denn noch? Was machen wir da? Dreieinhalb... Acht Minuten insgesamt. Was kann ich denn jetzt erzählen? Ich könnte ein paar Urlaubsbilder zeigen. Runde hinterm Zaun. Oh, da ist auch ein Hund. Habe auch ein Video gemacht. Habe auch ein Video gemacht. Warte. Ohne Ton. Wie sind sie ausgefasst? Du Scheiße. Die armen Dingerchens. Die waren so böse auf mich. Der war süß. Probeabo. Ford. Ford. Pferd. Pferd guckt. Gitarre. Mensch. Gitarre. Mensch. Gitarre. Milo. Miro. Toploch. Miro. Pappe. Budeln. Budeln. Girls. Boys. Girls with Boys. Hunde. Hunde. Mensch. Gitarre. Mensch. Alter Mensch. Alter Mensch. Alter Mensch. Alter Mensch. Krise? Nee. Chillt. Okay. Skatepark. Betonpark. Was ist denn eigentlich hier los? Was ist jetzt? Jetzt Musik. Wenn auch Platz für dich ist, dann ist auch Platz für mich ist. Wenn auch Platz für dich ist, dann ist auch Platz für mich ist. Wenn auch Platz für dich ist, dann ist auch Platz für mich ist, okay? Du lebst in meinem Traum und ich lebe in deinem Traum und wir leben in unserem Traum. Und alle Menschen und Dinge um mich drum herum sind Fantasien meiner Vorstellung. Wenn ich das jetzt erzähle, hört sich das irgendwie komisch an, aber im Gefühl, das Gefühl ist richtig. Das heißt, ich habe natürlich Angst, wenn ich einfach mal davon ausgehe, dass wir in einem Traum leben. Dann habe ich ja auch die komplette Kontrolle darüber, wenn ich den Traum steuern kann mit meinen Gedanken und Träumen und Ängsten. Aber wenn ich dann mir sage, dass ich keine Angst haben muss, gebellt. Dass ich dann einfach stark bleibe, im Positiven. Dann, äh... Hat man doch einen schönen Traum, oder? Ich glaube schon. Ich will natürlich auch nicht egoistisch sein, wenn wir in meiner Ego-Welt leben. Ich... Also wir sind ja alle... Also wir sind ja alle eins... Also zusammen... Also alles... Ist... Ist... Ist in dieser Kontrolle die ganze Zeit. Und alles so... Quitschi-quatschi machen. Tricks halt. Zauber rein. Nee, 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 schon wieder Bierchen. Spaß am... Und auf der Suche sein nach, ähm... Keinem Scheiß halt. Weißt du? Also das ist irgendwie... Also... Ja, ich... Ah, das ist doch... Pusteblume... Ich werde auch nicht jünger, nicht? Ich glaube, das war gut jetzt. Ich glaube, das war gut jetzt. Und von dem... Das hier wird aber auch nicht... Sportlich jetzt. Dankeschön. Nein. Ja.